Hallo meine Freunde, willkommen zurück zu Splatoon Height & Seek. Ihr seht vielleicht, das ist etwas anders vom Bild her. Denn ich habe mir immer wieder die Farben umgeändert und habe mir mal gedacht, kennt ihr wahrscheinlich noch, wo ich beim Standard-Camp zum Beispiel verschiedene Farben gemacht habe. Und das hatte ich jetzt auch mal vor in einer Height & Seek Folge. Ich bin schon wieder Heighter, wie im letzten Part, toll. Und ja, falls ihr Augenkrebs bekommt, ist mir das egal, nehme ich keine Haftung für. Aber ich finde das eigentlich mal ganz witzig. Ich sehe das ja genauso wie ihr, also habe ich auch ebenfalls Augenkrebs, also heult mich nicht voll. Ja, und ich bin schon wieder Heighter bei dieser beschissensten Map, die es überhaupt gibt. Hier kann man eigentlich auch nicht gewinnen, wenn ich ehrlich bin. Wow. Wow. So geschorben bin ich auch noch nie. Also nicht bei Height & Seek. Soll, jetzt muss ich mir wieder mein Schild aufladen. Tüdel. Fakt, kriege ich das überhaupt noch hin? Bestimmt. Ich kriege das immer hin. Wenn es um Schild geht. Seht ihr das? So. Weil ich würde das nämlich gerne aufmachen, schnell. Ich verpiesel mich in den Spawn. Weil Busch. Ich habe eh keine Chance. So. Am besten hier. So. Kann man da nicht hoch? Nee, oder? Nee, ich glaube, das geht mit einem Glitsch, mit Heubo in Glitsch oder so. Aber so nicht. Schade. Da gehen sie schon los. Es ist ein Grün, aber ich glaube, eigentlich sind die, glaube ich, hellblau. Also die Squids sehen aus wie hellblau. Das ist so ein komisches Grün. Sieht aus wie so neonmäßig, aber nicht ganz. Das ist witzig. Ja, eigentlich bin ich, lol. Eigentlich bin ich lila. Ich sehe gerade, ich bin so ein schönes, fast rot. Geil. Ich bin ein Rot. Nice. Und eigentlich sind die ja grün. Lü. Ich bin kein Lila. Ich habe die besten Farben forever. Ich habe überall Blut hier hingesprüht. Schade, dass ihr das auch nicht seht. Aber ich sehe das. Das ist toll. Ich habe immer gesagt, dieses Farben-Special hier. Das ist kein Hack oder so. Das mache ich ja in der Capture. Kann ich das einstellen. Ich glaube, das kann man auch auf dem Monitor oder auch am Fernseher einstellen, welche Bild hier das mal macht. Und deswegen, ja. Ey, du bist nach unten gefallen. Habt ihr das gesehen? Nehme mal hier diese Cheater. Toll. Wo ist der andere eigentlich? Weil. Ich habe nämlich echt keinen Bock zu sterben. Nein. Nein. Ich. Äh. Mami. Hier zu gewinnen ist sowieso nicht so gut. Ich glaube, ich habe ein Problem. Ich glaube, ich habe ein richtiges Problem. Oh mein Gott. Ich werde eh sterben. Ich bin aber nicht als erstes gestorben. Bei dieser Map muss man auch einfach sagen, da hat man wirklich nicht unbedingt Chancen. Weil man sieht einfach die Fläche. Man muss immer so viel springen. Wenn man sich noch gut aufteilt. Die Map ist nicht sonderlich groß, wie man hier sieht. Und deswegen hat man eigentlich verkackt. Und deswegen habe ich jetzt auch gleich verkackt. Toll. Und ich kann jetzt auch nicht rausgehen, weil die sehen mich dann. Deswegen, ähm. Habe ich halt verkackt. Toll. Schade. Aber ich habe nur noch ein bisschen lange durchgehalten. Weil ich wollte ja mir nicht als erstes sterben. Und da ich jetzt eh gleich sterbe, ist das egal. Also, wenn ich das gewinne, dann weiß ich nicht. Aber ich gewinne nicht. Und ich verziehe mich jetzt ja auch nicht. Ich sterbe einfach. Komm, das ist mir jetzt egal. Ich sterbe jetzt einfach. Das ist auch toll. Gleich sehe ich meinen Tod. Wow. Inklingsquid. Weißt du? Spring halt nicht. Ah. Ich glaube, ich hätte sogar überlebt, wenn ich einfach geflüchtet wäre. Ich habe den X-Knopf gedrückt. Ah. Oh Gott, wie das aufregt. Mann. Das finde ich einfach nicht okay. Ich meine. Ich hasse das wirklich, wirklich an dieser Scheiß, an diesem Spiel manchmal. Wenn diese Tasten nicht funktionieren. Wisst ihr eigentlich, wie das richtig hart auf den Sack geht? Genauso wie mit diesem Scheiß, wenn du die Ulti drücken willst. Das funktioniert manchmal nicht. Und ich habe diesen X-Knopf durchgedrückt. Oh, mein Squid dachte sich, äh, das ist schönes Wasser. Darf ich schon schwimmen gehen? Ah. Ah. Nein. So. Diese Map hatten wir auch beim letzten Part. Diesmal mit einer kleinen Änderung, dass ich nur Seeker bin. Und ich bin, ja. Ich bin eigentlich so ein Türkis. Und die anderen sind eigentlich orange. Aber ich bin jetzt so ein schönes Blau. Und die sind so. Ach ja, ich bin ja. Lol. Pfff. Ähm, ja gut. Ich, das ist manchmal so, wenn ich so viel labere und ich bin so oft Haider, dann kann das auch mal passieren. Sorry. Aber ich habe ja eh nichts gesehen. Also, beschwert euch nicht. Und, ich glaube, meine Schwester föhnt sich gerade oder so. Keine Ahnung. Und mein ganzes Fenster ist vollgeschnallt. Ich hoffe, die Schneide ist noch draußen. Ich sehe sie, wie gesagt, nicht, weil mein ganzes Fenster vollgeschnallt ist. Und, ähm, ja, das ist eigentlich ganz geil. Schnee ist Thule. Vielleicht habe ich Montag hier frei. Yay, 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 yay. Übrigens kann ich, by the way, sagen, ähm, falls welche noch Fragen haben, ob ich noch zur Schule gehe. Ich gehe auf eine Berufsschule, habe ich ja schon mal gesagt. Und, ähm, danach, ich kriege dann wahrscheinlich den erweiterten Realschulabschluss. Ich habe jetzt gerade einen Notendurchschnitt von 2,0. Und dann gehe ich nochmal auf die Schule und mache berufliche Gymnasien. Ja. Und da habt ihr vielleicht sogar meine Mutter gehört, die hat voll genießt. Und, ja, allgemein, meine Familie schreit immer rum. Ja, natürlich immer. Und deswegen entschuldige ich mich immer, falls man irgendwie im Video immer was hört. Deswegen beschwert euch nicht. Ich habe es euch immer wieder gesagt. Ah, schön. 10 Sekunden kann ich gleich losgehen. Habe ich mir auch wieder voll gelabbert. Sonst schneide ich das ja immer. Aber wenn ich jetzt hier so ein bisschen rumrede, macht das ja nichts. Außer ich soll nicht labern, ich wollte das geschnitten haben. Aber je länger da partest, du bist, so sagt man ja, ne? Ich habe aus Versehen. Wie gesagt. Oh Gott, ist das eklig mit dieser Farbe. Ich sehe ja gar nichts, ob das grün ist. Lol, ich habe hier voll den Nachteil. Da fuck. Das ist ja richtig unfair. Ihr habt es ja dann richtig leicht. Toll. Das sieht man ja kaum. Challenge. Das ist jetzt eine schöne Challenge. Challenge. Deutsch kann ich auch nicht mehr, weißt du? Weißt du was? Ich färbe hier allgemein die Fluchtwege. Und verpisse mich jetzt so ein bisschen in den Spawn rein. So. Allgemein hier diese Scheiße. Dann kann nämlich Jonas hier nämlich färben. Das wird auch nie abgesucht eigentlich, ne? Nie. Bin mal echt gespannt. So, heil den Sieg macht wirklich Bock. Mit euch. Weil es immer witzig ist. Da passiert irgendwie ein Bullshit. Weil die sind eh immer im Spawn. Und das sind einfach... Das sind so Maps. Die haben so eklige Flächen einfach. Und ich glaube, ich gehe gerade zurück, ne? Orientierung. Hä? The fuck? Na doch. Hä? Ich habe schon keinen Plan mehr. Nein, nicht den Goldfisch nehmen. Das wäre nicht so schlau. Das wäre echt nicht schlau. Nee. Wäre es nicht. Wo seid ihr denn? Ich will wenigstens einen finden. Die sind eben Spawn. Wenn nicht, dann weiß ich auch nicht. Ich habe einen gehört. Du hast verkackt. Wenn du mich tötest. Das war klar. So. Miri schon mal gefunden. Also eine... Ein Ziel schon mal accepted. Erreicht. Such as full. Erfolgreich. Ja. So. Falls ihr denn gleich der Nächste rumkämmt. Man weiß ja nie. Haha. So. Wer versteckt sich denn hier noch so? Haha. Wieder zwei gegenseitig. Lel. Vielleicht ist da ein Rauch noch im Spawn. Lel. Ich bin sehr aggressiv, was das angeht. Ja. Mhm. Ich sehe euch alle. Achso. Es sind alle gefunden. Ich wundere mich schon, warum ihr alle so Bomben schmeißt. Ah. Nein. Nein, nein, nein. Komm ruhig runter. Na, komm her. Alle schmeißen so Bomben. Aber das ist wirklich gut. Das kann man wirklich machen, wenn alle tot sind, dass man Bomben schmeißt und so. Aber wenigstens, muss man sagen, eine schöne Abwechslung. Und ich bin wieder dieses schöne Rötliche. Weil eigentlich bin ich Lila. Aber hier in dem Fall sehr schön dunkel orange. Und ja, bei dem Seacan passt es von der Farbe das genau gleich. Aber ich bin so ein schönes Rot. So ein... Das ist so matt irgendwie so. Keine Ahnung. Ist nicht so ein dunkelrot, sondern ist so leicht ein Pinkstich mit bei. Kennt ihr das? Wenn man hier in Rot fährt mit Tusche und dann noch hier so dieses Deckweiß noch mit reinmacht. So sieht das aus. Keine Ahnung, ob ihr wisst, was ich jetzt meine. Ich würde... Ich könnte eigentlich mich wieder an der Wand nicht verstecken. Aber ich will, wie gesagt, auch andere Verstecker ausprobieren. Und nicht immer lame an der Wand, wo man eh gewinnt. Weil ich will auch den Seacan mal... Auch Sieg gönnen und so. Und immer an der Wand verstecken ist auch langweilig. Das ist auch scheiße. Da habe ich auch keinen Bock drauf. Könnte ich aber machen. Ja, könnte ich. Könnte ich. Aber ob ich das will, das weiß ich nicht. So. Ich mache immer Fluchtmöglichkeiten, wie es geht. Mhm. Wie es nur geht. Aber wir haben hier nicht wirklich gefärbt, ne? So gut wie gar nicht. So. Jetzt schon. So. Hier noch so ein bisschen. Flupp. Oh. Da ist ein Hai darunter gefallen. Aber er hat noch Zeit. Er ist in der Zeit runter gefallen. Ja, genau. Du darfst nämlich noch weitermachen. Weil in der Zeit darf man nämlich noch weitergemacht werden. Und ich habe vergessen, glaube ich, in meinem Video das reinzuschneiden. Aber nun gut. So. Ich mache wieder einen Platz, wo ich wieder alles begutachten kann. Bei dieser Map kann man durchaus als Haider gewinnen. Weil die ziemlich, ziemlich groß ist. Aber durchaus auch die Seeker. Wenn man sich dumm einstellt. So. Und Maus hier hat genau das gemacht, was ich auch gemacht hätte. Wollen tun. Weil er nämlich an einer Wand ganz unten ist. Oder so. Nur du musst halt dich am Ende der Runde nach oben verpissen. Weil sonst gilt das als tot. Und dann haben wir verkackt. Und das wäre ein bisschen unverdient. Deswegen sage ich das immer. Und Seeker ist sogar runtergefallen. Lol. Weil er wahrscheinlich gedacht hat, da ist jemand. Aber da war er nicht. Hm. Deswegen. Man könnte sich eigentlich gut umbringen mal. Und da irgendwie in die Wand färben. Und dann so die Seeker immer umbringen lassen. Das ist eigentlich auch eine gute Taktik, muss man sagen. Dass man einfach eine Wand unten fährt. Und dann vielleicht denkt, da könnte der sein. Aber it's a prank. Ja. Okay. Beide sind immer noch im Spawn. Ob ich jetzt hier bleiben soll, ist die Frage. Oder eben nicht. Ich komme mal kurz hier weiter vor, damit ich das ein bisschen weiter sehen kann. Oh, ich finde diese Farbe hier gerade, die ich habe, richtig geil. Ich mag die. Die ist so schön rot. Ich muss mir gleich merken, was ich eingestellt habe, damit ich das vielleicht irgendwann wiederbekomme. Ich finde es geil. Also wenn ich lila bin, bin ich eigentlich rot. Ich hatte gerade ein bisschen Angst. Ach du Scheiß. Bist du da jetzt weg? Ich sehe das nicht. Ich würde nämlich gerne da unten hin. Komm, geh da weg da. Verpiss dich. Oh, wenn man dieser Blick fällt. Geh doch einfach weg. Komm. Verschwinde. Wenn du das jetzt gesehen hast. Bitte nicht. Geh nicht hier lang. Komm. Das ist ein schöner Minifleck. Ich will hier gewinnen. Also Mausi ist ganz schön. Oh Gott, Miri. Junge. Wenn du nachher zu mir hinfließt. Mit dem Schild. Und ich werde mit aufgedeckt. Kriegst du so einen Arsch voll. Aber Mausi ist wie gesagt ganz gut. Aber vielleicht überleben wir das ja auch alle. Ich bin aber nicht als erstes gestorben. Mann, weil auf einmal diese blöde Tinte kam. Er hat doch gar nicht dahin gesprüht. Das hasse ich auch manchmal, ne? Dass du... Ich hätte gut überleben können. Schon wieder ist ein Zika gestorben. Ich weiß echt nicht, wo Mausi ist, ne? Ohne Scheiß. Der ist irgendwo ganz weit unten. Bitte komm gleich hoch. Bitte. Du musst hochkommen. Du musst da weg. Komm, geh da weg. Geh da weg. Geh da weg. Wo bist du? Geh da weg. Geh da weg. Wenn du stirbst. Er ist, glaube ich, jetzt gestorben noch, oder? Er müsste, glaube ich, zwei Tode dann haben. Beim ersten Tod ist er ja runtergefallen in der Zeit. Aber dann müsst ihr jetzt zwei Tode haben. Wenn du zwei Tode hast, ne? Sogar vier. Okay. Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Ich habe es nicht gesehen, ob er jetzt in der Zeit am Ende runtergefallen ist. Da habe ich jetzt keine Ahnung. Muss ich gleich mal nachfragen. Kein Plan. Dann, ich glaube, das war die letzte Runde, ne? Ja, genau. Egal. Sonst ist das auch egal. Auf jeden Fall sage ich, vielen Dank fürs Zuschauen. Hoffentlich hat euch dieses Special gefallen. Guckt mal, wie das aussieht. So schön rötlich hier. Dieses, ja, dieses Overlay hier. Keine Ahnung. In der Lobby hier, sage ich mal so. Sehr schön. Und damit sage ich, vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder von Haid. Ein Sieg von Splashy. Bis bald.